bei Regen Felix nicht das geht an dich nicht ohne die Gesetze hochbauen und nicht m auf so komischen Felsen verkämpfen ja Mist ich bin hier unten auf der freien Fläche ey die jungen Leute stehen an meine Kinder auf diese klassischen 1 zu 1 Kette ich spiele jetzt so wie ich normal spiele weil ich hab kein Wort wahrscheinlich natürlich gefehlen wir nutzen das gerne um uns vor in der Zeit gerne könnte ne Team Matches einzuspielen viel spaßig ist unendlich mit guckt wie gut du willst guck was treff ich guck mal triffst ja alles ja wahrscheinlich treffe ich auch alles hier gerade im griff wirklich alles fähig das bemerke ich auch das finde ich auch dass ich hab alles getroffen ich hab grad gekillt aber ja gut ne egal ich hab was gebaut ach da hast du was 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 war Papa Papa das habe ich bei dir noch nie gesehen dass du mich in der Luft gesniped hast oh oh headshot guck wie gut bist du nicht schlecht ja nein ja ich möchte nur einspielen ich mag ja noch wie wir können ja noch du bist doch richtig gut guck mal wie ich baue wie wir baue ich guck mal das ist voll gut ja guck mal dass ich hier treffe ich treffe gar nichts ja deswegen ich spiele mich nicht hier ein weil ich hier kann ich mich nicht einspielen da ich kann es auf einer gelben treppe da dürfte du musst es eigentlich durchfallen guck wie gut bin ich gut guck mal hinten geschossen wie viel du da getroffen hast richtig gut aber mit den pistolen bin ich gut fehlen holi kommt noch ja nicht runterschießen weil man darf ja alles ja wie normal ich habe ja nur zwei regeln das war gerade was sagt ihr ich ich war hier gerade ich wollte nur von oben kommen und ihr beides schießt dann auf mich weil ich bin in der mitte ich habe gar nicht gecheckt dass du dabei bist und jetzt sich nach ja heimlich ja normalen match ja ich weiß hat sogar nachgeladen ich weiß noch nicht mal wo papa sitzt die ganze mit der maschinenbistole spielen dann spiele ich mir das sniper kommt bei der größte lacht gerade ich schwöre ich habe nicht das war glück man ja und will ich ist gut wenn man gut ist dann hat man auch glück ja ja wenn man bei meinem glück ich habe ich habe im bolster was seit m ja kein woher ergezogen auch scheiße das kopf war scheiße man kann den cd suchen wenn man baut wenn man baut ich habe 8 AP hier ich habe 8 AP du hast auch echt 8 AP ich habe wirklich 8 AP ich habe mich doch richtig aufgetroffen hat eigentlich die ganze nichts gegen dich fehlt aber aber es macht halt in hoch bauen ein bisschen besser als du aber dafür bist du besser im einbauen ja ich habe jetzt mal ab ich weiß nicht mal wo ihr seid als felix es war ganz das war gar kein mensch hey wieso geht ihr beide auf mich ne ich würde eigentlich auf euch beide ich habe nicht ich wollte nur bauen dann geht er plötzlich vom baum in die runter und gibt die headshot ja ich schwöre das war gar nicht geplant was ich das gerade machen wollte war aber geplant Papa zu killen ne das war nicht geplant ich hätte eigentlich schon abgehauen ich hätte eigentlich schon abgehauen ja ist doch nicht so schlimm ja er hat aber abgestaubt du kannst du fähig du kriegst xp dazu ich weiß du du kriegst xp dazu aber sonst kriegst du nicht dazu und du kannst du davon ich kriegst gar nichts hier dazu hier nicht weiß hier nicht ja guck also wie lange haben wir schon gespielt aber ähm wir haben schon halb 10 es ist schon zu ende die zeit ja ok wer den nächsten klima hat gewonnen ja nächster hat das spiel zu ende so wir sind meine kinder zufrieden ja seit drei minuten sind sie zufrieden nein halb wie gekillt hast du 10 ich hab 5